Hallo! Sollte ich sagen. Servus und hallo, herzlich willkommen zu Scrap Mechanic. Mit dem lieben Valkyrie und dem lieben Spielekaiser. Kalt geworden. Tag, mein Kampus-Dies. Servus, komisch. Nach 40 Minuten ist er kalt, kann ja auch keiner ahnen. Ach, sowas aber auch. Ja, wir haben unsere Kreationen vollendet, möchte ich noch nicht sagen. Fertig gebaut. Doch, vollendet. Da steht es, weil das ist, aber es sieht scheiße aus. Nein, das ist großartig. Gucken, da sieht es viel besser aus. Die sehen richtig geil aus, die Bikes, die er gebaut hat. Ja gut, der gibt ja auch an. Ja, darf er auch. Darf er auch. So, was machen wir denn zuerst? Das ist eine gute Frage. Wollen wir uns in den Weltraum schießen? Nee, das würde ich zum Abschluss machen, oder? Das machen wir zum Abschluss, oder? Ich wäre hier für den Green Grasshopper, der würde mich mal sehr interessieren. Wir werden wiederkommen. Ach, warte mal, das werde ich mir einfach mal eben kurz speichern, meine Kreation. Stimmt, die könnte ich mir auch mal speichern hier. Red Devil, so. Ja, oder wir könnten mein Schiff probieren. Wir können alles. Wir können alles. Das ist auch nur ein Vorschlag. Das ist nur erstmal die Gemeinschaftsausflüge. Erstmal die Gemeinschaftsausflüge, oder? Würde ich sagen. Ja. Dann fahren wir erstmal Boot. Dann fahren wir erstmal Boot. Das sieht auch, Boot fahren klingt auch schon... Sehr entspannt irgendwie. Entspannt und... Ich habe auch extra... ...dass wir hier hinten runterfallen können, ja. Nein, nein. Das ist doch nur zum Eins-Einstiegshilfe gedacht. Na, Sekunde. Ich werde mir trotzdem sicherheitshalber mal einen Sitzblock hier... Da ist doch schon ein Sitzblock. Der graue Block an der Seite. Was? Direkt rechts und links von euch. Ach, cool. Am Reifen. Ah. Ah. Okay, man kann sich auch so draufsetzen. Darf ich den drehen, bitte? Ja, freilich. Ich fette mir doch fast ab, der Reifen hier. So kann ich nicht sitzen. Warte, das ist... Ich mache den Reifen mal weg. Nee. Warum? Weil ich es kann. So, aber ich muss den Block mal eben entfernen, glaube ich. Ich glaube, ich muss ihn drehen. Falls das geht. Ja, so ist gut. Sieht auch gut aus irgendwie. Dann fehlt mir nur das Bein. Aber ansonsten ist es gut. Dann kann ich mitlegen. So, was habe ich denn hier alles... Achso, genau. Ich habe auch noch den Anker, den wollte ich dir ja noch zeigen. Ich will Flur angucken. Ich will Flur angucken. Pff, hat nicht geklappt. Mir geht es nicht. Doch. Was macht es? Ich fahre einfach mal. Wow. Jetzt... Oh, pff. Gerade noch rechtseitig. Künstlicher Wind. Oh, das ist romantisch. Hier gehen wir noch als Zex. Genau. Schön. Ein Monster Truck Schiff. Ja, das am ersten Stein hängen bleibt. Direkt aufs Riff aufgelaufen ist. Aber da kann ich dir den Anker mal zeigen. Guck mal vorne. Ja. Der Anker. Hä? Wie hier vorne? Ach, da. Aha. Cool. Achso. Wie geil. Und damit kannst du dich dann hochheben, ja? Nee. Mach noch mal den Anker. Jetzt noch mal den Anker. Äh, Moment. Das war... Den Anker. Das ist der Anker. So. Ja, so. Jetzt könntest du... Und jetzt wieder einziehen. Und weiter geht die Fahrt. Ja. Geht doch. Mit der Pilatenflagge finde ich auch geil oben. Ja. Ja, wenn schon, dann richtig. Das Ding fährt aber erstaunlich gut, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das ist zumindest in meiner Welt. In meiner auch. Ich fühle mich jetzt nicht unsicher hier. Das ist schon mal gut. Nee, das nicht. Das ist genau. Hintergeschleudert, aber das geht. Macht einen soliden Eindruck. Genau. Ich fahre jetzt mal wieder zurück. Na, hier zwischen den... Vor allem, es lässt sich steuern. Da bin ich voll begeistert durch die... Es lässt sich steuern. Du bist ziemlich leise gerade irgendwie. Echt? Ja. Das liegt an den Düsen, ne? Die Überlagern hinhalten ein bisschen. Na, rückwärts? Nee. Was? Ach, rückwärts geht nicht, ne? Ist kein Rückwärtsgang verbaut. Schwerkraft. Schwerkraft ist mein Freund. Kein Hilfsmotor? Nee. Das ist ein reines Segelboot. Stopp! Ich hau einen Anker rein. Oh, verdammt. Anker auf Beton ist schwierig. Aber cool. Ja, schön. Aber hält. Muss ich sagen. Gefällt. Für so gemütliche Ausflugstouren ist das was. Ein bisschen laut. Was? Ich muss mal... Ich will nachher noch mal eine Runde mit meinem Wellmobil drehen. Das hole ich mal eben nach oben hier. Fährt erstmal alles über den Haufen. Ja, Entschuldigung. Hatte den ersten Gang drin. So. Okay. So. Was haben wir denn hier? Das sieht ja auch cool aus mittlerweile. Gifte, die Farbe. Sie lustig aus, aber es funktioniert nicht. Ach, das ist egal. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich glaub, da setz ich mal mein Seed dran, oder? Die Flügel sind cool. Es ist komplett austariert. Wenn du jetzt das einmal dran baust, dann warst du es, glaub ich. Nee, dann lass ich's. Ich versuch's mal. Wow. Also das geht schon mal so. Und wenn man da eine gewisse Höhe hat, kann man hier schön die Düsen nach vorne machen. Und dann? Ja, cool. Oh, Mann. Das kann so gut sein. Es fliegt sogar einigermaßen. Hätte ich mal nicht sagen sollen. Aber ich kann nur lenken. Tschüss, Flo. Weit weg. Ach, da hinten. Ah, da am Horizont. Aber das mit dem Lenken? Drehen, drehen, drehen. Oh Gott, du stürzt ab, oder? Ja, ja. Ich hab den Boden geküsst. Hui. Sollen wir mit dem Schiff abholen? Nein, wir lassen nicht aussteigen. Oh nein. Baum. Nee, dann holen wir nicht mit dem Schiff ab. Dann pass auf. Mein Freund, der Baum. Lass uns hier eben. Hat's gerettet. Das hier ist schneller. Lass uns hier eben zwei Blöcke drauf machen. Hier oben können wir doch. Ruht mich ab. Eins. Zwei. Achso, das ist vorne. Ja, gut. Ist egal. Ich wünsch mir Feuerwerk. Warte mal. Ich sitze. Ich hab da Positionslichter neben mir geschossen. Okay, wir holen ihn ab. Dann kommst du dir. Ja, ich laufe auch, glaube ich, schon so in eure Richtung. Ah, ja. Der ist so schön leise. Ich seh die Basis. Ich seh euch. Und den Elektromotoren. Ah, da ist er auch schon. Die Basis. Ja, wo ist er denn? Seid direkt voraus. Ich hab das Ding auf dem Lift. Magst du mitkommen? Kann ich auf dem Lift? Ja, doch. Ich spring einfach mal drauf. Soll wir vorsichtig fahren. Da ist ein Sitzwürfel. Setz dich da einfach auf. Das geht, wenn ich das Ding auf dem Lift habe. Das weiß ich nicht. Ich glaub nicht, ne. Achso, da müssen wir rein. Eigentlich wollte ich einen Ausflug machen über den Berg. Aber okay. Das ist Schnee. Ich seh nichts mehr leuchten im Himmel. Das ist doof. Und? Erste Verluste? Doch nicht? Nö, nö. Ich sitze da drauf. Ich halte mich mit meinen Hintern fest. Was bringen wir da mit hier? I'm walking. La la la. So. Passt nicht. Aber das Wellmobil finde ich gut übrigens. Falls ich das noch nicht lobend erwähnt haben sollte. Ich finde das super. Es fährt ganz gut. Also das würde ich jetzt auch immer, wenn wir irgendwo hin müssen, mitnehmen. Allein dafür ist es schon super. Aber es sieht cool aus, was du da gebaut hast. Das ist ein Ausbau für dich. Ich mein's dir mal ausprobieren. Ich bin's noch nicht wirklich gefahren. Es sieht aber lustig aus. Ich finde das cool. Ich weiß gar nicht, ob die... Eigentlich müsste die Dämpfung vorne funktionieren, wenn ich irgendwo rüberfahre. Hinten hat es war keine Federung. Soll ich dir mal ein Hindernis in den Weg schmeißen? Der Kinnbrecher. Ich gebe einfach mal Gas. Oh, es lenkt sich gar nicht. Es zieht nach links. Wie blöd, glaube ich. Ah, da. Jetzt liegt die dich auf dem Rücken. Warte mal, Alter. Soll ich vorbeikommen und dich aufrichten? Nö, es geht. Round, round. I get around, I get around. Das sieht interessant aus. Bist du sicher, dass ich dir nicht aufhelfen soll? Neue Art von Rasenmäher. Neue Art von Rasenmäher, genau. Ich will mal eben kurz gucken, ob das hier nicht... Es zieht nach links. Und zwar richtig stark. Warum tut es das? Das weiß ich nicht. So, jetzt kommen die Düsen dazu. Und jetzt geht's... Schwierig. Der Sound ist geil. Also ich kann gerade noch so ein bisschen... Ich liege schon wieder auf den Rücken. Ich liege schon wieder auf den Rücken. Naja, eigentlich... Jetzt hat sich's umgedreht. Nein, es dreht sich von alleine allerdings. Ich glaub, das hat was mit dem Glitch zu tun, dass er sich immer so... Dass er nach links zieht. Scheiße, ist das nicht steuerbar? Über Stock und über Stein laufen wir den... Ich versuche zurückzukommen. Irgendwie. Wo seid ihr denn? Genau, wir sind ja so ein bisschen nach. Das heißt, das sieht gut aus. Ich liege wieder auf den Rücken. Ach, da. Ich glaube... Ja, warte. Ah, schwierig. Das geht gar nicht gerade. Also es ist lustig. Ich fahre auf alle Fälle... Oh, jetzt hat sich's wieder aufgerichtet. Jetzt bist du da richtig. Jetzt flügt sich wieder durch den Boden. Und jetzt hebst du ab gleich. Ja, ich komm mal zurück zu euch. Ich nimm's mal eben auf den Lift. Boah, schwierig. Geil mit der anderen Koppelung hinten. Absolut. Warte kurz. Kann ich, kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich rede nur im Kaiser. Ach so, okay. So. Danke. Dann komm mal zurück zu euch. Aber das, was der Kerl da gebaut hat, das war richtig gut. Also das sieht auch richtig klasse aus. Na, da rollt ihr ja schon. So, hier ist doch unsere Basis, ne? Ja. Ich komm auch. Gleich. Da. Ne? Das muss ich nochmal umbauen. Ja, aber mit diesen Glitchsteuern, das ist auch sakreschwer. Das stimmt allerdings. Aber es wird wahrscheinlich der Grund sein, warum das mal nach links zieht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, weil der, 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 der eine rahmenlose Reifen da, der ist ja off-center. Vielleicht hat das damit zu tun, kann ich mir auch vorstellen. Das kann auch sein, ja. Er hat auch, glaube ich, gesagt, es funktioniert noch irgendwie etwas schwierig, der rahmenlose Reifen. Da war irgendwie ein Hinweis von mir. Kann, kann sein. Aber auf jeden Fall, ich finde das Ding cool. Habe ich noch irgendwas anderes Schönes hier? Das kann ich mir nicht zeigen. Mist! Tja, weißt du. Ups. Was macht ihr denn da schon wieder? Wo ist er denn? Entschuldigung. Ich wollte eigentlich einsteigen. Das habe ich verpasst. Wo bist du? Flo, du stehst bei dir neben deinem Raumschiff. Der hat den Hebel gezogen, ja. Ich habe einen Knopf an deinem Ding gedrückt, weil ich eigentlich einsteigen wollte. Und das war der falsche Knopf. Oh! Ach, er ist weg. Ja, ich verfolge es gerade. Du hast den Düsen gefunden, oder wie? Genau. Es tut mir sehr leid. In welche Richtung ist er denn? Er ist quasi in dieselbe, in die du gestartet bist. Oh man. Ich versuche, den mal wieder zu füllen. Ich bin schon hinterher. Es dürfte jetzt dann langsam im Zaun sein. Ja. Ich fahre mal hinterher. In die Richtung? Okay. Ja, ich bin schon direkt hinterher, aber ich habe es gerade aus den Augen verloren. Es tut mir sehr leid. Ach, kein Ding. Hier liegt der sowieso, hier fliegt der am Himmel sowieso schon so viel rum. Boah, schwierig. Irgendwie ließ sich das Ding hier mal besser lenken. Aber es kann sein, dass ich hier auch den Blitz wieder angeschaltet habe an diesem Fahrzeug hier. Bin mir nicht sicher. Ohne geht besser. Definitiv. Bist du durch so ein Maisfeld gelaufen oder so? Nee, noch nicht. Autsch. Wie noch nicht? Aber jetzt hätte... Doch. Ich glaube, ich sehe dich. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auf jeden Fall. Du bist auf so einer Straße, ne? Okay. Ja. Genau. Aber ich habe es aus den Augen verloren. Ich meine, wie kann man ein 30-Block-langes Motorrad aus den Augen verlieren? Es ist flach. Es ist flach und schnell. Es ist hier nicht. Ich sehe es hier nicht. Es ist auf jeden Fall in diese Richtung. Am Zaun? Wo? Was? Zum Zaun, wo ich hingefahren bin? Oder in die Richtung? Ups. Nein, nein, ein bisschen weiter links ist es ursprünglich gefahren, aber grundsätzlich Richtung Zaun dann halt eben. Habe ich jetzt diesen Glitch aktiviert oder habe ich den? Nein, der ist ja nicht mehr aktiviert, der Glitch. Ja, ich. Okay. Und du bist jetzt wo lang? Ich bin... Direkt... Ah, ja, ich sehe dich. ...rechts von dir. Quasi. Flo, willst du hinterherfliegen mit deiner... Nee, ich habe es versucht. Ich versuche mir mal eben schnell was zu basteln, hier. Teufelsmaschine. Das geht nicht. Das Ding ist unkontrollierbar. Nimm den Autoscooter. Den müsstest du ja vielleicht im Programm haben. Ja, oder das gelbe Ding von mir. Ich frage mich, wo ist jetzt... Willst du aufsteigen? Oder hast du ja noch deinen Sitzwürfel vorne? Ups. Entschuldigung. Ja, warte. Achso, nee, du hast ja dein Fahrzeug hier. Genau. Du kannst ja das auch nehmen. Ja, nee. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wollen wir es einfach... Also es müsste hier irgendwo theoretisch... Wollen wir es einfach vergessen sonst? Können wir auch. Dann fahre ich hier mal den Berg hoch. So, ich habe mich wieder aufgerichtet. Boah, ist das am Längen gerade. Das sind diese ganzen Würfel, die da in der Gegend rumfliegen, Herr Kaiser. Ja, da haben wir jetzt gleich eine Mission, ne? Hey, hey. Hey. Nee, komm. So, ja, nur nicht. Ich weiß, dass das Fahrzeug das kann. Das ist das Schöne mit dem an den Düsen. Du kannst einfach so mal eben senkrechten Berg hochfahren. Das ist gar kein Problem, ne? So können keine Steine im Weg liegen. Ja gut, wenn du die Reifen groß genug wärst, kannst du da auch drüber rollen, theoretisch. Ja, ich bin ja jetzt auf dem Berg da drauf, der hier neben uns war. Warum kann ich keine Suspension auf dem Bearing da aufpacken? Direkt. Muss ja immer ein Block zwischen sein. Ja, da muss ein Block zwischen sein. Wo bist du jetzt? Äh, what the fuck? Äh, ich bin... Brauchst du da gerade etwas? Da auf dem... Fährt jemand mit was Rotem durch die Gegend? Ja. Nein. Achso, dann sehe ich dich. Genau, mit meiner bisher erfolgreichsten Kreation fahre ich durch die Gegend. Ähm, der Bagger vom letzten Mal? Äh, nee, der Gabelstapler. Ja, genau, der Gabelstapler. Genau, ja. Ah, es ist gerade extrem schwierig hier. Wow, das ist aber so einen hohen Berg hatten wir auch noch nie hier. Der ist nett, ist der. Netter Berg. Und runter geht's. Ich glaube, das Laufen ist leichter. So, ich versuche jetzt mal zurückzukommen zur Basis. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Aua. Wenn wir eine Physik hätten, wäre ich jetzt tot. Gut, dass wir sie nicht haben. Ja. So, Flo, ich bin gleich wieder da. Mhm. Und dann können wir uns nochmal in den Weltraum schießen. Alter Vater, ey. Also bei mir ist gerade hier Leggi-Leggi. Okay. Oh, so richtig. Na, was machst du denn da mit den Reifen? Ich wollte mal was bauen, um mal gucken, ob das funktioniert. Ich verpasse hier wieder alles. Es sind ja gar keine Düsen dran. Noch nicht. Es ist gerade so am Leggen, dass ich hier irgendwie... Der Berg ist aber interessant. Der hat sogar Überhang. Ich würde noch ein Geländegängiges bauen. Ich glaube, dafür müsste es weiter auseinander sein, die Reifen. So, auch von der Breite her. Was mit dem Berg? Der hat sogar Überhang. An der ersten Stelle. Ja. Der Berg hat einen leichten Überbiss. So, was habe ich denn hier noch Schönes im Repertoire? Gar nichts Nützliches. Nee. Ach, da ist die Basis. Nur die Minigolfbahn. Oh, Entschuldigung. Ich eile. Ich bin gleich da. Alles gut. Alles gut. Es ist zu groß. Warte, ich nehme die Minigolfbahn mal weg. Pack die mal hier hin. Da hätte ich immer noch Lust zu, dass wir echt mal einen Minigolf machen. Vielleicht mal gucken. Wenn ich, finde ich, viel Lust und Zeit... Also Lust habe ich viel Zeit, dann hat sich das ja eigentlich auch schnell. Aber da kann man bestimmt tolle Sachen machen. Also Minigolf ist sowieso lustig, muss ich sagen. Auf jeden Fall. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Oh, willkommen zurück. Ach du Schande. Was hat der Herr Kaiser denn da gebaut? Oh ja, was überhaupt nicht fährt hier. Wieso fährt denn das nicht? Äh, Verkabelung. Nee, weil die Barongs gegenseitig drehen. Warte mal. Warte, ich stelle dir die mal richtig... Wo soll denn vorwärts sein? In welche Richtung? Hältst du gerne vorwärts? Okay. So, warte mal. Ja, das müsste aber passen. Oh, oh. Oh, tschüss. Okay, Lenkung ist noch völlig für den Arsch. Warte, kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Warte, 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 warte. So, lenke er nach rechts. Damit man weiß, wo man hin will. Nach rechts ist da. Das Witzige ist, die Dinger, die können sich teilweise gar nicht richtig lenken. Ich seh's gerade. Weil die Blöcke im Weg sind. Ja, das ist ja mal blöd, ne? Aber theoretisch lenken sie jetzt richtig, glaube ich. Warte, die Blöcke oben, die kannst du doch abnehmen. Warte, warte, bleib mal stehen. Oben kannst du doch die Ecken einfach ein bisschen abtragen. Das geht doch, oder nicht? Gibt, da hat er recht. Ja. Flo, das ist doch kein Ding. Nee, kannst du nicht, da hängen nämlich die, da hast du die Suspension drangehangen hinten. Aber auch geil, wie der vorne so zusammengeht, wie immer schief. Da kannst du die leider nicht abnehmen, weil die Suspension dranhängt. Ja, gut, aber alle anderen kann man abnehmen. Ja, aber der Block ist wichtig, der, ne? Oder den in der Wecke? Ja, ja, der ist. Genau der. Aber jetzt. Nö. Das geht, das geht, das geht. Oh. Wenn er stehen bleibt, dann mach ich das nach vorne. So bleib ihr. Wie kommt man überhaupt da rauf, auf dieses Fahrzeug? Mit dem Lift. Da sind doch nicht mal die größten Reifen. Es geht noch größer. Das sind die 13x6er. Besser geht's nicht. Komm, setzen wir uns mal hin. Kommst du mit? Hör mal. Ach, da ist der hinten. Den kannst du anpeilen, glaube ich, von unten. Ja. Ja, dann. Was machst du denn da mit mir? Jetzt zippel doch nicht so rum. Du machst die so breit. Du hast die Lenkung dahin gestellt. Aber ey, das sieht eigentlich so aus, als würde ich dir ständig mit den Ellenbogen was in die Seite hauen, oder? Aber wie nix, sagst du deine Arme wieder? Nee. Die klappen sich richtig. Wir nehmen mal einen Berg. Mal gucken, was die... Warte mal. Bleib ihr mal kurz stehen nochmal. Das geht ja mit der Lenkung hier mal überhaupt nicht. Die Lenkung ist gut. Die ist gut. Der hat die Räder zur Seite gestellt? Ach. Nein, nein, nein. Hinten links stimmt nicht. Hinten links stimmt nicht. So, jetzt steuern wir nach rechts. Längst nach rechts jetzt, ja? Ja. Der linke muss gedreht werden. Die hintere müssen beide gedreht werden, ja. Ja, ja, die hinteren beide, ja. Ja, doch. Nee, nee, so rum und so rum. Okay. Jetzt passt's? Ja. Jetzt hauen die Reifen zwar gegeneinander. Du hast wieder viel zu klein gedacht. Riesen Reifen, aber klein gebaut. Die Reifen hauen wir im Längen gegeneinander. Hat aber was. Jetzt gib doch mal Ruhe. Bleib doch mal still sitzen. Onkel Flo, der Velcro ärgert mich. Das sieht doch auch geil aus. Das sieht aber echt geil aus. Wir wollen es nicht schlappen. Aber er geht über den Felsen. Sehr geil. Und dabei ist dazwischen noch ein Abstand. Wollen wir noch einen dritten hinsetzen? Flo kommt doch in die Mitte. Ach, Schande. Ob das geht? Sollen wir Mais flügen hier? Oder wir könnten... Du hättest die Sitze direkt rechts und links von deinem Steuerding setzen müssen. So, warte mal eben kurz. Das ist noch ein bisschen... Ja, Moment, warte. Moment. Oh, nee. Eine hab ich schon. Das wollte ich nicht. Ich hab mir den Falschen reingesetzt. Moment. Nee, das verträgt sich aber gerade. Okay, ich sitze komisch da. Ich flüstere meiner Schwester was ins Ohr. Nee, eigentlich in den Zopf. Das sieht irgendwie komisch aus. Genau, das war ein Zeichen. Zu viel Power. So, ich glaube, wir müssen uns ins Weltall noch mal schießen, ne? Wir gucken jetzt mal, wo unsere Babys aufkriegen. Da bin ich mal gespannt. So, oben der gelbe Pinnüppel ist euer Sitz. Sucht euch eine Farbe aus. Ich nehme mal wieder hier meinen Pink, ne? Ich nehme den Blau. Und dann nehme ich wohl den hier. Ihr werdet nicht hoffen. So, mit einem Druck auf die Eins geht's da hoch zu den Lichtern. Einmal nur eins drücken und genießen. Okay, warte mal. Dann machen wir mal mit Countdown. Ich würde sagen, ja. Und... Ich ne feine. Und womit dann will ich noch rauszoomen mit Alt-X. C, C, C. Was? C. Ah, okay. Super. Ja. Ja. So, denn. Okay. Na dann. Sollen wir? Ja. Zählt's 3, 2, 1 und bei Go machen wir dann, ne? Ja. Jo. 3, 2, 1, Go. Wow. Yay. Oh, was hängt denn hier oben? Das ist schon alles. Den wollte ich ja retten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir den Rest retten? Ich überlege gerade, ob ich versuchen soll abzusteigen. Ich versuch's auch mal. Nein! Ich glaub, das klappt nicht. Ich falle. Hat jemand Fallschirm dabei? Einer ist unter mir. Einer ist unter mir. Ja, ich falle jetzt auch mal. Aber wer ist... Ach, du bist da oben? Oder wie? Ja, ich war noch oben. Ich hab mir dann das Probieren gespart, nachdem es ihr schon ausprobiert hattet. Aber ich bin ziemlich gut wieder gelandet hier. Ich auch. Ja, ja, ja. Warte mal mal, what the fuck? Ich bin auf dem Weg. Bist du noch auf dem Ding, oder was? Ja. Ah. Ah, da kommt der, da kommt der. Warte, ich fang dich! Und genau da, wo du gestartet bist. Ich wollte gerade sagen, perfekt ausbalanciert, Herr Kaiser. Mhm. Ach, du bist mit dem Ding runtergekommen? Ja. Ja gut, ich bin abgestiegen. Man könnte jetzt natürlich noch was suchen, womit man da oben aussteigen kann. Mit Greifarm. Ja, das geht auch. Ja, oder man... Versuchen hier noch eine Art Plattform mit, also die Lücken zu füllen, sozusagen. Ja, 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 ja. Moment. Also, ich hab mir auch gerade überlegt. Habe ich gesagt, was könnte man noch machen? Einfach mit Holz hier füllen? Warte. Ja, mit was ist eigentlich Hupe? Äh, okay. Ja. Was macht mein... Meine Plattform? Dann... Der muss nur gleichmäßig gefüllt sein, ne? Ja, ja. Das speichert das Ganze nochmal. So. Ja, eben. Dann lass uns doch mal eine Rettungsaktion machen. So. Ich hab schon leichtbauweise gemacht. Ich hab mir auch allein. Ich führ mir das Ding auch mal eben speichern. Ja. Da hast du. Äh... Moment. Ist jetzt nur nicht farblich leider, ne? Aber... Safe. Das ist egal. So. Ich lass mir auch mal. Ähm... Aber so hätte man eventuell eine Chance auszusteigen. Ich sag ich, drunter zu fallen. Sonst haben wir da oben noch mehr fliegen. Also kann man einen schönen Sternenhimmel machen, ne? Und irgendwas fliegt da immer noch rum. Achso, der ist schon unterwegs, ne? Bump. Okay, ich versuch's jetzt mal mit absteigen. Ich auch. Äh, ja. Nein. Nö. Und tschüss. Scheiße. Weil der Himmel da oben so nah dran ist, ne? Ja. Deshalb geht das nicht. Ich glaube, man müsste einfach sozusagen noch ein paar Abstandhalter nach oben, ähm... Ja. Das kriegen wir nach hinten, oder? Obwohl... Na, wir sind schon drüber. Das können wir uns mal für irgendwann aufheben. Ja. Bump, bum, bum. Aber es sieht gut aus. Bump, bum. Ja, warte mal. Ähm, wo ist es denn? Da ist einfach nur so ein paar Blücke an jeder Ecke hoch, ne? Genau, hatte ich jetzt gesagt. Komm, das ist ja schnell gemacht hier. Ich find's nur grad nicht. Ich hab's doch grad gespeichert. Danke. Der ist schon nicht mehr da. Herr Kaiser. Das muss noch ein. Höher. Da, lass ich mir noch mal eins hinstellen. Ja. Ich find's nicht mehr. Ich find's nicht mehr. Ich hab' den hier. Ungefähr gleich. Ja. So, ich lade es mir grad auch noch mal auf den Lift. Das wäre ja gelacht, wenn ich mich speichern kann. Ich hab' mal was ich hinkriegen hier. So. Also, Raketenstuhl. Und... Gesaved. Okay, kann losgehen. Rettungsaktion läuft. Ja, ich kann nur nicht rein. Ich versuch's mal, ja? Ja, ja. Oh, nein, mein Herr Schiff. Warum? Das sieht lustig aus. Boah, ich hab hier irgendwas getroffen. Ich bin nur ein zu wenig. Wow. Okay, meiner ist nicht nach oben gegangen. Okay, es funktioniert, aber ich komm' nicht an die anderen ran. Die sind zu weit weg. Ja, meiner ist auch nicht nach oben gegangen. Meiner hat sich hier mal eben überschlagen. Ich seh' auch, warum. Ich bin da. Ich komm' aber nicht an die anderen ran gerade. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich mir ne Brücke bauen. Moment. Moment. Aber da könntest du aus dem Ungleichgewicht kommen. Aus dem Gleichgewicht kommen. Ah, 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 jetzt rennst du mir rüber. Schöße. Uh, cool. Du hast Spaß, oder? Ich lass' ich... Ach, deswegen. Ah, ja, ich hab's auch gemacht. Einer kommt. Sehr schön. Hast du geschafft? Einer hab ich abgeschaltet. Die anderen kommen hier nicht ran. Die sind zu weit weg. Ich komm' auch mal wieder runter. Ich such' grad verzweifelt unsere Basis. Ach, da. Ja, da fällt was. Ja, auf jeden Fall. Zweie Finger fallen. So wie's ausschaut. Soll das vermutlich well. Eins ist einfach nur ne Reihe Holzblöcke. Ich komm' als letztes. Ich komm' als letztes. Ich lande auch wieder genau da, wo ich gestartet bin. Und das ist eben nicht richtig. Ich muss irgendwie weiter in eine andere Richtung. Verdammt, jetzt hab ich vergessen. Jetzt geht das schön gerade hoch. Jetzt hab ich nicht geguckt, in welche Richtung ich muss. Ah, ärgerlich. Ich glaube, in die hier. Ah, alles klar. Das ist ein mega Screenshot hier. So, das. So, komm' ich jetzt wieder grad hoch? Ja, jetzt komm' ich grad hoch. Man, hier steht's jetzt gerade nicht. Aussteigen. Geht aber. Boing. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh, viel zu weit weg. Oh, viel zu weit weg. Jo, hab einen abgeschaltet. Da komm' ich nicht ran. Könnt höchstens den Kaiser aus dem Gleichgewicht bringen. Ich versuch' irgendwie rüberzukommen, aber es geht nicht. Nein. Hallo. Aber ich weiß, wie man da steuern kann. In die Richtung dann. Okay. Okay, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter in die Richtung. Genau, wir müssen jetzt wieder runter. Ich muss noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich weiß, wie man da manövrieren kann. Ich hab nur das Falschmaterial dafür. Oh, ich hab weit abgetrieben. Irgendwie hab ich's geschafft, mir dem Ding abzutreiben. Ich weiß es nicht. Sehr schwierig. Okay. So. Hier ist die Plattform. Durch Raum und Zeit. Licht und Unendlichkeit. Ich gleite grad schon in die richtige Richtung. Jawohl. Nee, ah ja, ich bin, wie gesagt, ich komm' leider nicht da raus, wo ich rauskommen will. Bei dem gelben Ball, da müssen wir hoch. Bei dem gelben Ball? Weißt du, wo? Na ja, hier ungefähr so. Da müsste ich hier ziemlich... Hier würde ich auch denken. Genau, ja. Das würde ich jetzt auch testen. Und Abmarsch. Und go. Ui! Ja, ich bin in der Nähe. Bin in der Nähe und die kann ich auch mir... Einen hab ich ja runtergeholt. Ja, der ist aus. Ui! Ich weiß, ich, 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 ich sehe mal nicht, wo du da jetzt, äh... Ange- oder beziehungsweise ausgeschalten hast. Hm. Wer ist das hier? Und tschüss. Oh ja, ich hab auch noch einen. Was ist mit dem hier? So, alle aus. Ah, scheiße, der Floh, oh man! Was ist das? Verdammt! Ich wollte dich ärgern und bin selber runtergefallen. Oh, 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 oh. Komm schief. Schwierig. Oh, jetzt hab ich hier... Irgendwas trudelt hier runter. Irgendwas trudelt hier runter. Ich trudel weiter neben. In Zeilen. Ach, du trudelst daneben? Ja. Nee, oder? Bist du das? Nein. Krass. Hey, hier steht ja schon was rum. Ist ja lustig. Okay, so, aber es würde funktionieren. Lustige, lustige Sache. Ich könnte das stundenlang weiter machen. Aber wir sind jetzt gerade 32 Minuten. Von daher denke ich mir... Aua! Ich falle. Oh, ich hab irgendwas gegen den Kopf bekommen, Mensch. Ich bin hochgeflogen, hab irgendwas voll gegen den Schüttel bekommen. Und jetzt treib ich hier hilflos rum, ne? Ach, du Scheiße. Ich flieg... Oh Gott. Ich find's lustig, dass wir für jeden runtergeholten Satelliten irgendwie fünf oben lassen. Zumindest fühlen sie so an. Ich bin irgendwo jetzt gelandet. Also ich hab zwei Satelliten neben mir. Das ist echt lustig. Könnte ich auch stundenlang machen. Ist das geil! Das tat weh. Es ist vollkommen bescheuert, wenn ich das mal so sagen darf. Wo seid ihr denn? Wo muss ich überhaupt hin? Ah, ich glaub da muss ich hin. Oh, der ist süß. Ich bin jetzt über dem Berg. Wer fliegt denn da? Ich... Ich versuche jetzt nach außen zu kommen. Ich versuche nach außen zu kommen. Meinst du das hier? Das bin ich. Ja, irgendwann hab ich da gerade mal gesehen, ja. Ja. Es ist hoffnungslos. Aber eigentlich wär's doch ganz einfach. Man müsste eigentlich nur noch vier Triebwerke an diesen Sitz anbauen. Eins in jede Richtung. Du kannst die Triebwerke aber nicht mit Lenkungen steuern. Du musst schon... Ne, mit Knöpfen dann. Ich hänge im Baum. Ich hänge echt im Baum. Okay. Komm. Der Foto. Okay, Alistair. Wie soll ich sagen? Wollen wir uns verabschieden für heute? Machen wir mal. Das müsst ihr. Das müsst ihr. Das müsst ihr auch rüberkommen. Komm, das müsst ihr. Ich hab das Foto hoch und dann zeig ich euch das. Okay? Okay. Alles klar. Dann bist du nicht mal. Genau, bis zum Mittler Challenge. Wir wissen noch nicht welche, aber mal gucken. Auto-Fußball vielleicht. Mal schauen. Genau. Bis dahin. Tschüss. Servus.